Gold im Gegner-Team. Jetzt schon gerankt. Gleich mal die neue Map. Ich habe in der Overwatch League, wo ich zugeschaut habe, gesehen, dass die sehr oft Odista spielen. Das hat mir gefallen. Das ist schön. Das war früher, wenn du mal zugeschaut hast, die alten Matches, als es Odista noch nicht gab, da wurde Winston extrem viel gespielt. Lucio und Winston waren eigentlich immer dabei. Ich weiß gar nicht, ist Lucio immer noch so stark dabei? Ich habe das gar nicht mal so mitgekriegt. Ja. Alle Regeln auf Abschluss! Der Olli gerade. Was, wieso? Im VZ. Muss ich gleich mal nachschauen. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ein Spieler-Level sieht man auch nicht. Halbzeit haben die Vierte sich daran erinnert, dass sie gerade Fußball spielen. Die haben vorgespielt gegen sie haben. Okay. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich fand es da zu lustig. Nürnberg gegen Fürth ist quasi so ein Derby wie Bayern gegen 60. Verteidigen Sie Zielpunkt an. Verteidigen Sie Zielpunkt an. Verteidigen Sie Zielpunkt an. Alain! Changes für Luka-Dinfo. Oben ist was in der Luft. Hinter euch, rechts. Ja. Genji bei dir. Ich hab den Genji zu weg gemacht, aber leider konnte ich dich nicht lassen. Passt schon, ob der Persegg da ist. Ich hab den komischen Typ da, Hanzo, wie er heißt. Die haben jetzt 3 Minuten Zeit, den Punkt zu sichern, oder? Ja, den ersten, dann kriegst du Zeit dazu, für den zweiten. Ah, das ist jetzt Transport, oder? Ja, dann ist das Transport. Auf der Map. Er hätte sein können, dass der Rank nur Punkte gibt. Sorry. Er links oberhalb von uns. Zentrum vom Punkt zu sichern. Okay, hast du dich erledigt? Hast du dich erledigt? Hast du dich erledigt? Tod, ja. Wer rechts? Oben. Da oben ist ein Junkrat. Okay, ist nicht mehr da. Wo ist rechts oben? Da, wo meine Schüsse hinfliegen. Rechts oben ist das Sniper. Farah oben. Farah tot. Warte, Steff. Ich komme, ich komme. Warte, ich kann nicht Steff auch heilen. Alles gut. Jo. Jo. Also, du bist hier wirklich 80% der Zeit bist du in Healing. Ich bin jetzt sowieso die ganze Zeit im Heal, wenn ich hier stehe. Ah, okay. Ja, Reinhard kommt. Erstmal geben Schill für alle. Achtung, das geht direkt auf den Punkt. Ich bin recht tot, ich bin tot, ja. Ah, schade. Haben sie nicht geholt. Shit, ich habe meine Old gerade. Was macht denn unsere Pharah gerade? Hm. Neustart. Ja, aber der erste Punkt ist eh nicht so einfach zu halten. Ich glaube, ich habe den bisher erst drei oder viermal gehalten. Ich hebe meine Ulti wirklich bis zum Schluss auf. Das ist immer zu riskant, ob ich die nochmal bekomme. Ja, doch, die kriegst du schon mal so, oder? Schnell. Ne, ich krieg die meistens dreimal im Spiel. Also, wenn sie den Push machen, dann nimmst du deine Ulti. Okay. Kommt recht hin. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich schwöre. Nicht so schnell. Wenn du Healing brauchst, wirklich schreien, ne? Das ist eh nicht so einfach, das mitzubekommen, wenn du Healing brauchst. Vielleicht doch recht weit vorne bin. Ja, ich muss auf meine Lebensanzeige schauen. Ja, was geht? Irgendwas hat mich, ich glaube rechts rum. Irgendwo ist der Sniper. Äh, links kommt. Aua. Oh, das ist nicht schade. Oh, war ich, Ulti wieder? Grosse, Sie sind in der anderen Seite der Reihe. Hä? Was ist das mit Krokos? Komm schon. Kannst du mich einfach ein bisschen, ein bisschen nach oben machen? Ist da oben. Die haben einen weniger. Kann da einer nachjoinen, oder? Nee. Rank kann keine nachjoinen. Die Farbe schießt mich. Okay, ist tot. Ah, dann kriegen wir auch weniger Punkte, oder? Nein. Das ist, äh, etwas unfair immer, wenn einer rausgeht. Ah, okay, ist wieder da, übrigens. Das ist so, ob ich gerade 800 habe gehe. Weil, äh, Lucio seine ulti ist ja nicht wahr. Ich, ja. Ich muss auch meine ulti auch ziehen, weil ich da in diesem Kack Ding drin war. Ich empfehle dringend, hinter meiner Barriere zu bleiben. Machen wir so schafften in Rainbow keine positive Partie. Äh, rechts wieder. Junkwitch. Muss mich ganz kurz auffallen. Ja. Ja. Ich bin noch 30 Sekunden. Alles gut, Chandra. Alles gut, Chandra. Alles gut, Chandra. Vorsicht. Das ist wichtig für dich, Steff zu wissen. Ja. Lassen Sie zu Ihrem eigenen Zuhal. Hinter der Barriere. Vorsicht, Ding! Hör her! Ich gucke runter, Achtung. Noch 10 Sekunden. Ergeben Sie sich! Komm schon, Leute! Nur noch ein bisschen! Komm schon, Leute! Komm schon, Leute! Komm schon, Leute! I'm going to take you greater! Nice. Schön. Das müssen wir den ersten Punkt eigentlich quasi einnehmen. Dann... sollte es etwas einfacher sein. Seidigen Ts 60. Machen Sie sich bereit zum Anderen. Wählen Sie Ihren Helden. ich weiß nicht anfangs sei ja finde ich echt nicht so einfach also bei echt schwerer charakter zu spielen macht er auch noch spaß aber ergeben immer so voll ab auf der tastatur finde ich richtig geht aber voll ab springen die ganze zeit rum und macht uns die sache wo es leisten zeugs weil du bist da dann nicht zu treffen er hat mehr healing gemacht und du ja weil ich recht im besorgen mit dem punkt nicht bekommen es ist genau einmal umgedreht der zeit also wir müssen genau das gleiche machen wie die gegner nur etwas weiter und dann haben wir gewonnen also wenn wir jetzt zum beispiel meter weiter schieben als die dann haben wir automatisch gewonnen aber wir müssen auch erst den punkt erst einnehmen und dann schieben wie gesagt du musst beide sagen einmal angriff und einmal die fest ja aber ich verstehe warum bei denen jetzt ein einsatz drin steht wenn wir gewonnen weil die den ersten punkt eingenommen haben es gibt drei points also drei punkte ja der darf nicht mehr kommen okay dank ist weg torrid ist kaputt Busch, 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 ich hab keine Mauer. Ich hab keine Mauer. Turmik, Turmik. Barra bei mir, Barra bot. Komm, komm, komm. Ich hab voll Hiden, Jungs. Er ist tot da oben. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Er ist tot, er ist tot. Ich hab ihn. Hey, die Fäuer über oben ist da. Der ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Das ist alles noch etwas neustes, was hier zuvor kommt. Ja, ich stand auch noch extrem lange. Ah, okay. Der hat mich nicht mal down bekommen mit der Ulti. Ja, du hast ja relativ viel Leben. 600 oder so. Und davon sind glaube ich die Hälfte Shield. Weil ich ein Ego bin, gebe ich mir das selbst. Hälfte Geräusche